Liebe Fitness First Mitglieder, liebe Fitness Interessierten, endlich ist es wieder soweit. Vom 19. bis 25. März findet die International Fitness Week statt. Eine Woche, in der Fitness First weltweit seine Türen öffnet und alle Fitness Interessierten vorbeischauen können und einfach mittrainieren. Aber auch für unsere Mitglieder wird es eine ganz spannende Woche mit vielen Specials. Also, seid dabei! Ich freue mich auf euch!